Die Chutba Es ist auch ein Beweis dafür, wie die großartigen Bemühungen unseres geliebten Imams um den Frieden Anerkennung in der Welt finden. Zum Beispiel erwähnte Husud den Anwalt, der um das Baurecht der Moschee für die Jamaat kämpfte. Er sagte, er hätte eigentlich keine Hoffnung gehabt, den Fall für sich zu gewinnen, doch war er fasziniert von dem Vertrauen der Jamaat in Gott. Er sagte selbst, dass der Bau der Moschee, der letztendlich zustande kam, ein Zeichen für ihn gewesen ist. Husud erwähnte unzählige Beispiele für den Wandel der Herzen von Menschen, die den Ansprachen Husuds lauschen durften oder eine Mullahat, also eine Audienz mit Husud hatten. Ihre Meinung über den Islam änderte sich voll und ganz. Sie erzählten, dass Husud alle ihre Fragen beantwortete und ihre Zweifel sich von selbst auflösten. Die Botschaft des Islam erreichte über Zeitungs- und Fernsehberichte Millionen von Menschen in Japan. Wo sich die Botschaft der Ahmadiyyat verbreitet, liebe Brüder, breitet sich unter den Feinden, den Mullahs von Pakistan vor allem, Hass aus. Husud berichtete in diesem Zusammenhang von einer besonderen Prophezeiung des verheißenen Messias, die sich in diesem Zusammenhang wortwörtlich erfüllte. Der verheißene Messias sagte nämlich einst, ich habe die Gewissheit, dass wenn ich ein Buch über den Islam in Japan veröffentlichte, würden sie, also die Gegner, die Feinde, um meiner Bekämpfung willen sogar bis nach Japan gehen, aber es geschieht nur, was der Wille Gottes ist. Liebe Brüder, Husud erzählte auch von dem tragischen Ereignis, das sich in Pakistan in der Stadt Jelem ereignete. Eine Fabrik von einem Ahmadiyyat, von dem Enkel von Hassid Mirzabashi, der Mitzai Brasila Talanho, wurde von einer großen Masse angegriffen, die da Feuer legte. Außerdem wurden zwei Moscheen in Jelem angegriffen. Die Möbel einer Moschee wurden verbrannt, danach säuberten die Angreifer die Moschee und verrichteten das Gebet darin. In einer Fernsehsendung wurde dieses Thema behandelt und Husud sagte, dass der Moderator der Sendung dieses Vorgehen der Angreifer kritisierte und dies ist eine positive Handlung, die selten in Pakistan gegenüber der Jemaat vorzufinden ist. Liebe Brüder, es war eine Khutba mit sehr schönen Ereignissen, die unseren Glauben stärken. Die Links zu der Khutba in voller Länge findest du wieder zum Anklicken bereit und denk dran, eine Stunde kann dein Leben verändern. Nimm dir die Zeit. Nimm dir die Zeit. Vielen Dank.